Ohalets! Jetzt stehen Stefan Schwarz, Marcelienni, Kilian Steiner und Rahel Studer mit ihrer ersten CD am Start. Auf dem Album «Ländlersurium» präsentieren sie 23 abwechslungsreiche Ländlermusiktitel für jeden Geschmack. Da wird karinettelt, gürgelt, gürgelt, saxofonblasen und natürlich auch Bassgeigert. So viel Abwechslung auf einer CD, das musst du gehört haben. Die neue Scheibe ist ab Mitte April erhältlich im Fachhandel an verschiedenen Ohalets-Konzerten in der ganzen Schweiz oder unter Ohalets.ch